Woraus besteht ein Werbeplan? Ein Werbeplan besteht aus verschiedenen Elementen. Essentielle Elemente sind die Zielgruppe. Das Streugebiet, die Streuzeit und der Streuweg. Wie wird die Werbung gestreut? Ist der Streuweg? Wie lange wird sie oder innerhalb welcher Zeiträume wird sie gestreut? Und wo wird sie gestreut? Wo, wann, wie? Dann der Werbeinhalt, was und der Werbeetat oder das Werbebudget, kann man auch sagen. Das sind die wesentlichen Elemente eines Werbeplans. Da gibt es durchaus Werbepläne, die haben hier verschiedene Dinge noch weiter in die Feinheiten ausgearbeitet. Aber das sind die zentralen Elemente, von denen man keines weglassen kann. Ja, möglicherweise gibt es noch ein weiteres Element hier, Controlling, Maßnahmen zur Messung. Auch das kann man hier reinbauen, aber das sind die zentralen Elemente. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.